Grundbewegungsmuster, die dritte. Wir haben jetzt gedrückt und gezogen aus den Beinen. Jetzt kommt der Oberkörper dran. Druck aus den oberen Extremitäten. Bekannteste Übungen Liegestütz oder das Bankdrücken. Wir arbeiten mit der Brustmuskulatur, vordere Schulter, der Trizeps arbeitet. Ich zeige euch einige Varianten. Wichtig dabei ist es, dass die Schulter sich noch um ein Vielfaches mehr bewegen kann als die Hüften im Normalfall. Das heißt, da gibt es zig Varianten. Wir widmen uns den Druckübungen aus dem Oberkörper. Die bekannteste Übung wäre der Liegestütz. Ein Liegestütz, auf dem Boden ausgeführt, ist keine leichte Übung. Das heißt, hier die Position in Hüfte, Rücken, Schultern, Ellenbogen, Handgelenken zu halten, erfordert viel Übung. Wir versuchen eine Progression zu finden, die das Stück für Stück ermöglicht. Die erste Erleichterung ist es, das Ganze mit Druck an der Wand oder auf einer Erhöhung am Tisch, am Stehpult oder hier der Bank zu üben. Bedeutet, hier Stück für Stück abzulassen. Wieder hoch. Nicht den Punkt überschreiten, ab dem es nicht mehr in sauberer Form hochgeht. Und erst wenn hier die Möglichkeit besteht, mit der Brust zu berühren, um wieder hochzukommen. In stabiler Form entweder die Füße erheben oder die Auflagefläche erniedrigen. Grundlegende Punkte sind, wir versuchen nicht die Schultern zu den oberen kommen zu lassen, sondern die Schultern bleiben möglichst neutral zentriert. Das erreichen wir vor allem durch die Spannung des breiten Rückenmuskels, der immer die Schulter unten hält. Jetzt ist es so, deswegen die Ellenbogen sollen nicht hier hoch wandern. Ellenbogen bleiben ungefähr 45 Grad weg vom Oberkörper. Zu nah haben wir nicht so eine gute muskuläre Aktivierung. Zu weit wird es in Sachen Verschleiß, Impingement, Position der Schulter nicht so gut. Funktioniert das? Gut. Gehen wir weiter runter, weiter runter. Können uns dann die Variante erarbeiten, langsam und geführt ablegen. Wir können immer besser ablegen als hochdrücken. Das heißt, hier gehen wir jetzt den Weg über die Knie hoch, wieder nach vorne ablegen. Stück für Stück kann man dann testen, wie tief da kann ich gehen, um noch in guter Form nach oben zu kommen. Das heißt, wir erhöhen Stück für Stück die Tiefe. Vom Gefühl ist es so, die Hände sind gleichmäßig belastet auf dem Boden. Beim Runtergehen geben wir richtig Spannung auf die Rückenmuskulatur. Beim Drücken kriegt die Brustmuskulatur, die vordere Schulter, die Last. Das heißt, wir haben ein leichtes nach außen drehen beim Ablegen, nach innen drehen beim Schieben. Vergleichbar mit der Bewegung beim Boxen. Es wird gedreht, Daumen dreht nach innen beim Drücken, Daumen dreht nach außen beim Ziehen. Kleiner Punkt. Ansonsten erarbeiten von hoch tiefer und dann auch hier die Tiefe Stück für Stück erweitern. Unser Schultergelenk kann in einem sehr großen Bewegungsradius bewegen. Das heißt, wenn wir drücken, sollten wir nicht nur in eine Ebene drücken. Es besteht die Möglichkeit, Gewichte nach oben zu drücken. Es besteht die Möglichkeit, gegen das eigene Körpergewicht nach unten zu drücken. Somit haben wir die Bewegung nach oben, nach unten, nach vorne wäre der Liegestütz. Man kann auch den Liegestütz etwas variieren über die Zeit. Das heißt, wenn ich aus der Position mein Becken Stück für Stück höher setze und anfange hier runter zu gehen, irgendwann unter Umständen die Füße auf die Bank stelle, bewege ich mich in Richtung Liegestütze im Handstand. Ich kann somit wieder mit Körpergewicht nach unten drücken, vorne drücken, nach unten drücken und die Winkel dazwischen. Das ist wichtig für die Gesundheit der Schultergelenk.